Herzlich willkommen bei uns im Vitalhaus in Aachen. Wir empfangen Sie in unseren sechs ärztlichen und therapeutischen Praxen auf über 1500 Quadratmeter. Bei uns stehen Sie als Mensch im Mittelpunkt. Wir diagnostizieren und therapieren mit modernsten medizinischen Geräten wie hier in den orthopädischen Praxen Doktorus Spieker. Nach eingehender Diagnostik zeige ich und mein erfahrenes Ärzteteam Ihnen individuelle Therapiemöglichkeiten auf. In meiner allgemeinmedizinischen Praxis arbeite ich ganzheitlich. Somit verbinde ich die Schulmedizin mit zahlreichen alternativen Heilmethoden. Damit habe ich die Möglichkeit, den Menschen als Ganzes zu betrachten und individuell zu therapieren. Über die klassischen Therapiemethoden hinaus bietet die Physiotherapie Hohmann auch besonders Präventionsangebote an. Außerdem sind wir ausgebildete Golfphysiotherapeuten und betreuen deutschlandweit Amateur- und Spitzensportler. Klassische Physiotherapie trifft in der CEOS-Physiotherapie auf effektive Präventionsleistungen. Vielfache Diagnostikmöglichkeiten sowie zertifizierte Gesundheitskurse und Rehabilitationssport erweitern das Angebot. Die CEOS-Ergotherapie behandelt Patienten aller Altersgruppen. Die Wiedereingliederung in den Alltag steht dabei an erster Stelle. Im CEOS Medical Fitness, dem therapeutisch orientierten Fitnessstudio, wird zielgerichtet die Leistungsfähigkeit verbessert. Auf Basis von Tests begleiten Ärzte, Physiotherapeuten, Sportlehrer und Sportwissenschaftler ihren Fortschritt. Das Vitalhaus ist Ihr kompetenter Partner in Sachen Gesundheit. Ganzheitliche Therapie, alles unter einem Dach. Wir sind für Sie da.